hi meine lieben hier ist wieder der helgo aus nürnberg ich habe hier eine karotte und ich zeige euch mit der eine recht wirksame lingam massage vor es gibt auf youtube wahnsinnig viele videos über joni massagen kennt ihr aber ich mir viele eben auf dass das recht wenig über lingam massagen gibt ihr braucht dazu irgendwas längliches dass ich nehme hier eine karotte die kann geschält sein oder auch naturbelassen ich sie persönlich naturbelassen vor weil es fühlt sich rauer an man kann verschiedene dinge verwende ich nehme eigentlich hauptsächlich dieses wasser hier ist hat keine kristalle aber es hat den vorteil dass es in einer flasche geliefert wird und ich zeige euch das jetzt einfach mal am besten viele männer wissen nicht wie eine lingam massage funktioniert die katze das ist schön hinter den nacken richtig fest so dass ihr die körper energie auch spürt ich habe hier auch eine markierung angebracht bis ungefähr hier könnt ihr ordentlich fest zupacken darüber wird es dann schon etwas ungemütlich mit unter das war es auch schon von mir ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr mehr linger massage videos sehen wollt abonniert einfach meinen kanal lasst mir gefällt mir da oder schreibt mir einen kommentar also dann tschüss bis zum nächsten mal euer helgo ok 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 ok